A lang und schönen Adolf Lange und Zöne bedeutet, Adolf Lange und Zöne, Lange und Zöne. In Wahrheit, wenn Adolf Lange die Firma in 1845 gegründete, hat er zwei Zöne, Richard Lange und Emil Lange. Und nachdem die Firma wurde Lange und Zöne genannt. Die meest komplikierte Lange-Zöne der heutigen Zeitraum. Ich muss denken, wir machen viele. Ich denke, es ist der Tubergraf Perpetual, aber auch der Zeitwerk Minitrepeater ist sehr komplikiert. Der neueste Kälber Lange ist die Odysseus Chronograph. Die wurden in 1990 gegründet, und die ersten Kälberler wurden in 1994 gegründet. Ich bin immer noch nicht. Ich denke, es war acht Jahre, die auf der Grand Complication gearbeitet hat. Die auszisierte Daten, ich denke. Ich denke, sie gehen hand in hand. Die Odysseus Chronograph. Wenn du es einfach wirst, dann denke ich, es ist das beste Deutschland-German-Zöne. Ein guter Watch ist eine perfekte Mix von ein guter Design, Craftsmanship und gute Mechanismen. Hand-wound, manually. Prototypen. Als Produkt-Developer, immer die neueste Modellen. Ich denke, 24 ist gut. Ich denke, das ist ja auch. Ich denke, ja. Das ist gut. Ich denke, das ist gut. Acoustical ones. Zeitwerk, eine sehr kurze Sprache, Semper-Opera 5-Minute-Clock und eine moderne, schöne Version auf der Wriste. Lange One ist einer der ersten Watches, mit einem sehr speziellen Design in 1994. Das ist interessant. Ich habe eine Offerteskarte, aber ich bin auch ein Watchmaker. Kann ich wählen? Ein Watchmaking-Tabler mit Tools? Das gilt auf welcher Wriste, aber ich habe hier die Zeitwerk-Minute-Repeater in Honeygold. Die Zeitwerk-Minute-Repeater in Honeygold ist die dritte Version der Zeitwerk-Minute-Repeater. In 2015 haben wir die Watch in Platinum-Eleven-Eleven-Clock und in 2020 kam es in Witte Gold mit einem Blüten-Belein und hier ist eine schönere, schöne Elegante-Execution. In Honeygold mit einem Witte-Grey-Belein. Die lustige Sache ist, Platinum-Eleven-Eleven-Diessensisch in Witte Gold-Eleven-Eleven-Eleven-Eleven-Eleven-Eleven. Sounds even more special.